Dann genug der Vorrede. Es ist nach meiner Uhr offizielle Laufkampuszeit 12.30 Uhr. 12.30 Uhr, also lasst uns loslegen mit dem Thema Fit für den Beach Run, Fit für den Firmenlauf, Fit für den Business Run. Ja, warum überhaupt über 5 Kilometer eine ganz eigene Trainerstunde machen? Ja, braucht man das überhaupt? Die meisten Firmenläufe, die es gibt, die sind ja so zwischen 5 und 6 Kilometer lang und schafft das nicht jeder. Und überhaupt, macht es überhaupt Sinn, Firmenläufe anzubieten, wo es doch so viel anderes gibt? Und ich meine, ja, natürlich macht das sauviel Sinn. Und das finde ich grundsätzlich einen ganz coolen Gedanken oder einen ganz interessanten Gedanken, was mit der Laufszene so geworden ist in den letzten Jahren. Vor 10 Jahren, wenn man dann ein cooler Typ sein wollte, dann musste man doch mindestens einen Marathon laufen. Das ist doch das, mit dem man dann damals auch Eindruck gemacht hat. Ich glaube, das ist auch etwas, wovon der Marathon-Bumm sehr lange profitiert hat, weil viele Leute gesagt haben, so ein Marathon-Eimer in meinem Lebenslauf, das ist eine richtig coole Geschichte. Nun, die Anzahl der Marathon-Teilnehmer, die bleiben auf einem starken, großen Niveau. Es gibt auch ein riesengroßes Angebot an Marathon-Läufern. Aber die Laufszene an sich boomt. Wo gehen die denn dann hin, die Läufer, wenn sie nicht gerade zum Marathon gehen? Nun, es gibt viel mehr an, was heutzutage cool ist, was Spaß macht. Ich denke jetzt mal nur an etwas, was ich vor vielen Jahren auch noch nicht für Möglichkeiten habe, an Frauenläufe. Es gibt diese ganzen Ladies-Läufe, wo die dann mit T-Shirts in Pink durch die Städte rumlaufen und sich ein Naturtalent auf die Brust schreiben oder auf das Shirt schreiben. Ich finde das eine coole Geschichte. Ich habe aber niemals gedacht, dass das funktioniert. Eine ganz kleine Szene ist so das Parcours-Laufen, wo Menschen durch die Stadt laufen und springen und filmen sich dabei. Wahnsinn. Trail-Running, ich liebe Trail-Running. Aber das gibt es ja auch in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Du kannst das in den Bergen machen, du kannst das in den Mittelgebirgen machen, du kannst das natürlich auch im Flachen machen. Wir hatten jetzt das letzte Traillauf an den schönsten Strängen von Mallorca vorbei. Auch das ist durchaus eine eigene Szene. Ich habe festgestellt, dass die Trail-Runner, also jetzt die Freaks unter den Trail-Runnern, die kennen gar nicht die Helden der Straßenläufer. Die wissen gar nicht, wer ein Danfitschen ist oder ein Carsten Eich oder möglicherweise jetzt ein Arne Gabrius. Dafür kennen die Straßenläufer möglicherweise nicht die Heldinnen und Helden der Trail-Szene, wie ein Flammersfeld zum Beispiel und viele andere mehr. Es gibt die Trail-Szene, die Laufszene ist viel breiter geworden. Hindernisläufer, Mann, Tough Mudder, Strongman Run, all das ist eine richtig coole Geschichte und eine riesengroße und jetzt kriege ich die Kurve, ist die der Firmenläufer. Und das finde ich richtig gut. Wenn ich mal überlege, ich habe das nicht umsonst, diesen Vortrag Fit für den B2Run genannt, wenn ich mir überlege, dass B2Run in den letzten Jahren 190.000 Leute an den Start gebracht hat, in 17 Standorten, 190.000 Leute, die nach dem Startschuss eine geile Zeit verbringen, 5-6 Kilometer erleben, gemeinsam in den Shirts ihrer Unternehmen, die sie möglicherweise dorthin geschickt haben und angemeldet haben und dann einen genialen Zieleinlauf erlebt haben. Meistens ist das ja in großen Stadien, die Zieleinläufe, wenn es irgendwie möglich ist. Also ich glaube, das kann sehr viel Spaß machen. Und 190.000 Leute im letzten Jahr allein, die können nicht lügen. Und wenn ich sehe, dass Business Runs insgesamt so ungefähr eine Steigerungsquote von 30% haben, also pro Jahr der ganze Markt, dann bin ich mal gespannt, über welche Zahlen wir Ende des Jahres reden. Also lasst uns mal drüber reden, was macht einen Firmenlauf interessant. Und ich möchte euch zweimal Impulse geben. Einmal, wenn ihr darüber nachdenkt, als Läuferinnen und Läufer tatsächlich an einem Firmenlauf zu starten. Ab wann geht das? Ab wann funktioniert das? Und im zweiten Teil möchte ich euch ansprechen, falls ihr Entscheider seid in eurem Unternehmen. Wenn ihr vielleicht Unternehmer selber seid, Personalleiter seid, in betrieblichem Gesundheitsmanagement seid oder Laufsportgruppen anleitet, was könnt ihr tun, um aus so einem Firmenlauf ein ganz besonders großes Event, etwas richtig Tolles für euer Betrieb zu machen? Nun, lasst uns mal drüber reden, warum Firmenläufe an sich so gut sind. Ein richtig großer, sagen wir mal, Benefit von diesen Läufen ist einfach die Distanz. Diese Distanz ist ja meistens zwischen 5 und 6 Kilometer, ein bisschen mehr als 6 Kilometer lang. Und das ist eine Distanz, die wirklich jeder schaffen kann. Und darum geht es in allererster Linie, um Firmenläufe, zumindest wenn Unternehmen die Intention haben, ihre Mitarbeiter dort anzumelden, dann geht es darum, ein gemeinsames Event zu haben, etwas zu leisten, zu schaffen, dass man füreinander da ist, dass man sportlich aktiv ist, dass man Freude tankt, dass man Glücksmomente miteinander teilen kann. Und es geht nicht in erster Linie um die Zeit. Es geht einfach darum, dabei zu sein, am Feierabend dabei zu sein, eine geile Zeit zu erleben und danach mit einem Medaille um den Hals, mit einem Getränk, in einem Stadion möglicherweise gegenseitig zuzupusten und sagen, hey, cool, dass ich dabei bin und dass ich dabei war. Und deswegen sind Firmenläufe auch gerade für Anfänger interessant, weil 5 bis 6 Kilometer, das kann jeder schaffen. Das kann jeder schaffen. Und sogar Walken ist erlaubt. Das Marschieren ist erlaubt. Natürlich gibt es vorne einige Leute, die laufen diese 5 oder 6 Kilometer unter 20 Minuten. Sollen sie doch. Werde ich auch. Das nächste Mal. Hoffentlich. Wenn ich vorne starte, dann ist das eine coole Geschichte. Aber man ist nicht weniger cool, wenn man 40 Minuten braucht. Dafür sein Unternehmen unterstützt und möglicherweise das erste Mal im Leben 5 oder 6 Kilometer laufend unter die Stöcke, unter die Beine, unter die Schuhe bringt. Also, liebe Anfänger, lasst euch nicht verrückt machen von den Marathonläufern, von den Freaks, die schon einen Halbmarathon gelaufen sind, was auch immer. Firmenläufe sind auch für euch da. Ihr könnt es schaffen. Wie mache ich mehr daraus? Nun, an einem Tag die Kondition zu kriegen für 5 Kilometer ist nicht möglich, sondern idealerweise bereitet man sich einige Wochen darauf vor. Und ich kann euch nur sagen, holt euch einen Trainingsplan. Trainingspläne findet ihr im Netz recht viele. Gute Trainingspläne kann ich beurteilen, weil ich habe sie geschrieben, findet ihr bei Laufcampus. Ihr Anfänger, also Laufcampus.com, ihr Anfänger, nutzt euch. Nun, nehmt euch so einen Anfängertrainingsplan. Und diese Anfängertrainingspläne, ja, die dauern 12 Wochen. Aber nach sieben Wochen, nach acht Wochen seid ihr in der Lage, auch wenn ihr wirklich heute keine Konditionen habt, ihr seid in der Lage, 40 Minuten am Stück durchzulaufen. Und ich sage es euch, in diesen 40 Minuten schafft ein Anfänger in der Regel auch die 5 oder 6 Kilometer. Ja, ich rede von Anfängern, die übergewichtig sind. Ich rede von Anfängern, die möglicherweise sogar ein bisschen mehr als übergewichtig sind. BMI 30. Ja, ich rede nicht von BMI 40 oder 50, also von sehr starkem Übergewicht natürlich nicht. Da braucht man eventuell ein bisschen Zeit. Aber 90 Prozent aller Leute oder 95 Prozent aller Leute können einen Firmenlauf schaffen, auch wenn sie Anfänger sind. Nutzt einen Trainingsplan. Und wenn ihr keine Anfänger mehr seid, wenn ihr ambitioniert seid, dann nehmt euch zum Beispiel einen der Trainingspläne für die Zwischensaison. Oder nehmt euch einen Trainingsplan fit für 10 Kilometer. Fit für 5 habe ich nicht. Zumindest nicht im Netz. Fit für 5 Trainingspläne. Hier gibt es an einer anderen Stelle, das möchte ich euch gleich noch erzählen. Geht davon aus, wenn ihr euch vorbereitet, dass einmal Training in der Woche keinen Sinn macht. Zweimal liegt der Erhaltung der Form, auch wenn man keine hat. Ab dreimal kann man eine Menge erreichen. Man kann tatsächlich besser werden. Mit dreimal kann man abnehmen. Mit dreimal kann man sogar Marathonläufer werden, wenn die Läufe nur lang genug sind. Das wollen wir nicht. Aber dreimal ist so der Goldstandard für alle Anfänger. Für alle, die ambitionierter sind, die brauchen auch 3- oder 4- oder 5-mal, je nachdem, welche Ziele sie haben. Das macht ihnen dann aber auch Spaß. Aber für die meisten reicht es dreimal. Dreimal pro Woche zu trainieren, pro Woche zu trainieren, um fit zu sein für einen Firmenlauf. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Tipp, den ich euch geben kann. Wenn, dann auch 40 Minuten lang. Also angenommen, du bist Anfänger, dann lauf zwei Minuten, geh zwei Minuten, lauf zwei Minuten, geh zwei Minuten. Mach das dreimal in der Woche. Und in der nächsten Woche packst du zwei Minuten drauf. Und danach die Woche wieder zwei Minuten drauf. Irgendwann bist du auf 10, dann kannst du auf 20, du kannst sogar auf 30 Minuten und dann vielleicht auch 40 Minuten dann irgendwann durchlaufen. Das heißt, setze Regelmäßigkeit ein, dreimal in der Woche, mache kleine Stufen, unterfordere dich eher, denke mal, ich hätte hier noch weitergekommen. Ist in Ordnung, das Gefühl ist gewünscht. Und dann ziehe das aber durch. 6, 7, 8, 9 Wochen brauchst du und danach kannst du diese 40 Minuten durchlaufen. Und jemand, der wieder schneller werden will, der macht natürlich einiges mehr, der beherzigt die nächsten Tipps, die ich euch jetzt schon geben kann. Der läuft nicht nur mit laufenden Gehpausen, sondern der setzt verschiedene Reize. Weil der Körper möchte verschiedene Reize haben. Der Körper reagiert mit Anpassung nur, wenn er einen Reiz bekommt. Wenn er versteht, warum soll ich überhaupt etwas machen. Ein Tempotraining ist so ein geiler Reiz. Ein Tempotraining, wir nennen das bei Laufcampus Krafttraining. Und meinen da vor allen Dingen Krafttraining fürs Herz. Weil das Herz wird richtig belastet bei dieser Intensität. Ich habe heute schon Hitztraining gemacht. Ich bin 8x 200 Meter rasend schnell gelaufen und dann 200 Meter getrabt. Dafür bin ich auf einer Aschenbahn gelaufen, heute bei uns in Euskirchen und habe mich da rumgetreiben. Warum? Weil ich dann wusste, das hat einen besonders großen Effekt für das Herz. Das Herz musste dann plötzlich bei mir 170, 175 Mal schlagen. Und in den Traubbrausen hat es sich erholt. Das heißt, wenn ihr auch, ihr Anfänger, ab und zu mal Tempotraining macht, dann macht ihr Krafttraining für die Birne auch, weil ihr werdet selbstbewusster. Ihr macht das natürlich für den Bewegungsapparat, weil wer größere Schritte macht, der muss auch mehr Kraft aushalten auf dem Fuß, der das aushalten muss. Ich habe heute beim Hittraining darauf geachtet, mich immer abzudrücken. Nach hinten, die Beine geschleudert, damit ich einen größeren Schritt bekomme. Aber einmal in der Woche Tempotraining macht sehr viel Sinn. Und dann nochmal eine große Einheit, eine wichtige Einheit für euch. Egal, ob ihr Anfänger seid oder ob ihr ambitioniert seid. Ob ihr unter 20 Minuten oder unter 18 oder unter 40 Minuten laufen wollt. Lauft einmal, so lang und so langsam wie möglich. Dafür habe ich heute, um euch dann noch ein paar Argumente zu geben, nochmal recherchiert, wann ich eigentlich den heutigen Marathon deutschen Rekordzeiter Arnel Gabius kennengelernt habe. Das war im November. Das war im November 2012. Er kam gerade, nein, er wurde eingeladen zu einer Wahl, erst einmal Läufer des Jahres vom DLV. Und ich durfte dort auch einen Vortrag halten. Das war sehr, sehr schön für mich. Und da habe ich ganz viele Leute das erste Mal kennengelernt. So auch Arne Gabius. Das war eine Zeit, vielleicht hört Arne ja zu, da wollte er von Marathon noch gar nichts wissen. Er war einer der weltbesten, aber zumindest Europas besten 5000 Meter Läufer. In Helsinki bei der Europameisterschaft ist er Zweiter geworden hinter einem gewissen Mo Farah, den die Leichtathletikfreunde auch kennen. Und ein Jahr später nebenbei bemerkt, ist er seinen persönlichen Rekord gelaufen. 13 Minuten und 13 Sekunden für 5 Kilometer. Geile Zeit. Und ich habe ihn damals kennengelernt und gefragt, du Arne, ich habe überhaupt keine Ahnung von, wie trainiert die Weltspitze 5000 Meter? Wie trainiert die eigentlich? Erzähl mir mal, ich habe eine Idee, du bist fleißig, aber wie lang ist zum Beispiel der lange Lauf bei dir als 5 Kilometer Läufer? Ja, und er hat mir gesagt, mein längster langer Lauf war 26 Kilometer in der Vorbereitung. Wir reden von 5000 Meter Wettkampf. Ein 5000 Meter Wettkampf, für den er 13 Minuten ein paar Gequetschte gebraucht hat. Und wie lange hat er im Training unter anderem trainiert? Also regelmäßig, viel, häufig. Heute kenne ich seinen Trainingsplan oder die, die er veröffentlicht hat. Da trainiert er bis zu 14 Mal in der Woche, also morgens und nachmittags und das an sieben Tagen. Nicht immer, aber meistens. Das hat er sicherlich damals auch schon gemacht, regelmäßig. Aber für mich ganz besonders war die Erkenntnis, dass dieser Spitzenläufer auch lange Läufe gemacht hat. Und diese lange Läufe machen nur mal schnell. Warum? Weil sie die Ausdauer trainieren. Wie machen sie das, indem sie den Energiestoffwechsel optimieren? Was ist da besonders entscheidend, die Fettverbrennung? Und warum ist die wichtig? Weil Fette wertvolle Energieträger machen. Wenn man die verbrennt, dann hat man nicht nur irgendwann eine andere Figur, sondern auch wird man tatsächlich immer schneller. Wenn ihr denkt, Mensch als Kinder, ja, Trainingsplan hin oder Trainingsplan her. Und ja, aber ich bin alleine. Ja, Mensch als Kinder. Dann fragt doch mal in euren Unternehmen, ob die einen Firmenlauftreff haben. Und schließt euch da an oder initiiert einen Firmenlauftreff. Da werden wir gleich drüber reden. Oder mein Angebot, was ich für euch machen kann. Ich habe tatsächlich Trainingspläne geschrieben für B2Run-Läufe. Warum? Damit wir bei unseren Laufkursen, damit wir dort alles richtig machen. Und in ganz vielen Standorten in Deutschland gibt es Trainer, die ich ausbilden durfte. Lauf Campus Trainer bieten dort Kurse an. Fit für den B2Run heißen die. Und die dauern acht Wochen lang. Warum acht Wochen lang? Weil wir wissen, in acht Wochen können wir eine Menge erreichen. Und doch zu diesen acht Wochen bilden wir in der Regel zwei oder sogar drei Gruppen an. Das heißt, für die langsamen, die mittleren, die schnellen, die kommen immer zusammen. Zumindest aber zwei Gruppen. Oft auch drei Gruppen werden dort angeboten. Und damit diese nicht nur laufen, wie das bei anderen Lauftreffs so der Fall ist, dass man da hinkommt, dann läuft man miteinander und danach geht man auseinander. Gibt es doch Trainingspläne. Und diese Trainingspläne führen diese Gruppen A, B und C, so wie wir sie nennen, führen sie ganz sicher zum Ziel. Und bei den Anfängern ist das ein viel Laufen und Gehbaus. Aber so, dass sie sich nicht überfordern. Wobei unsere Trainer dann auch immer ein bisschen über Technik reden, über manche andere Impulse, die für Anfänger natürlich sehr, sehr spannend sind. Ja, und bei den für die Ambitionierten, da wird natürlich auch mal Intervalltraining gemacht. Da wird natürlich auch mal ein Wendepunktlauf gemacht. Da geschieht immer etwas Besonderes. Und das findet immer an einem Tag statt, findet immer, dauert immer eine Stunde, wird immer moderiert von Trainern, von einem Cheftrainer, aber auch von vielen Gruppenleitern. Wird immer eingepackt mit Lockerungsübungen am Anfang, mit Dehnen am Ende. Also ich kann euch nur sagen, schaut euch mal an, ob da ein Lauftreff vielleicht bei euch, ein Laufkurs in eurer Region stattfindet. Darüber hinaus, angenommen, es ist kein Fit für den B2Run-Kurs, findet ihr auch sehr wahrscheinlich in eurer Region auch einen anderen Laufkurs, mit dem ihr euch fit halten könnt. Denn Training in einer Gruppe ist besonders effektiv. Ihr habt eine Verabredung, ihr habt tatsächlich einen Termin, ihr geht dann auch hin, wenn es gerade mal regnet, weil ihr wisst, ihr seid doch verabredet. Und man motiviert sich gegenseitig. Es ist einfach eine richtig cool Geschichte. Unsere Trainer sind die möglichsten Menschen tatsächlich der Welt, weil heute ist wieder am Wochenende ein Trainingsplan ausgelaufen, von einem Kurs, von Anfängern. Die können jetzt eine Stunde durchlaufen. Und dann sind die Menschen einfach so dankbar, auch den Trainern gegenüber, die sie begleitet haben. Deswegen, hey, Laufcampus-Trainer zu werden, ist schon eine coole Geschichte. Und da mitzumachen, auf jeden Fall auch. Also geht mal auf die Seite laufcampus.com und guckt mal, ob dein Kurs für euch ist. Meine Tipps für diejenigen, die sagen, hey, Laufen, Firmen laufen, wie bereite ich mich da vor, sollte das gewesen sein. Aber wenn du jetzt vielleicht sogar Entscheider bist in deinem Unternehmen, wenn du Impulse geben kannst für deinen Personalleiter oder wenn du sagst, Menschenskinder, das ist gut, aber wenn ich das erzähle, dann ist das vielleicht nicht so gut, als wenn ein anderer das erzählt. Deswegen jetzt mein Impuls für euch, wie ihr mehr macht aus eurem Firmenlauf, auf eurem Business-Run, aus einem Ambitur-Run. Weil ein Ambitur-Run ist ja ein Tag. Es ist nur ein Tag. Und ein Tag alleine macht ja nicht fit. Fit wird man erst durch das Training vorher. Dieser eine Tag, das ist der Höhepunkt. Das ist dieser Lauf, der uns das Grinsen ins Gesicht bringt. Aber fit werden wir in diesem einen Tag nicht. Fit werden wir in den Tagen, in den Wochen davor. Deswegen, liebe Unternehmer, meldet euch als erstes an. Schafft Fakten, meldet euch für diesen Lauf an, der bei euch in der Region ist. Findet ihr. Danach initiiert einen Firmenlauftreff. Das heißt, macht bei euch irgendeinen begeisterten Läufer zum Voranläufer. Einer, der sagt, ja, ich kümmere mich tatsächlich drum, ich stehe jetzt einmal am Wochenende, einmal am Feierabend in der Regel oder vielleicht auch zweimal oder vielleicht mal beim Schichtwechsel. Wo auch immer stehe ich zur Verfügung und begleite meine Kolleginnen und Kollegen auf ihrem Weg. Und noch besser ist es, dass ihr diese erfahrenen Läufer, wenn ihr diese erfahrenen Läufer, die dann Firmenlauftreff leiten, wenn ihr denen auch noch ein bisschen Ausbildung gönnt, es gibt Ausbildungen für Firmenlauftrainer, dann lernen die Trainingspläne schreiben, dann lernen die Laufkurse schreiben. Schaut mal unter lauftrainer-ausbildung.com. Ja, werdet ihr auch eine grüne Seite finden. Und immer mehr Unternehmen belohnen den Einsatz ihrer Firmenlauftreffleiter dadurch, dass sie ihnen auch mehrtägige Ausbildungen, Weiterbildungen gönnen, damit die auch Fragen stellen können wie, lieber Lauftreffleiter oder lieber Firmenlauftrainer, ich nehme aber nicht ab, was mache ich falsch? Oder damit die reagieren können, wenn einer umknickt in der Erste-Hilfe-Ausbildung, gehört zum Beispiel auch dazu. Ja, nacht einen Firmenlauftreff, bereitet euch vor. Oder, wenn ihr sagt, nein, das geht nicht, oder wir haben so jemanden nicht, oder aber was können wir tatsächlich auch noch machen, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, tatsächlich auch einen Laufcampustrainer zu konsultieren. Und der kommt dann zu euch ins Haus und macht das für euch mit seinen Kollegen. Ihr müsst wissen, das Laufcampustrainer-Netzwerk ist das größte seiner Art in Deutschland. Zumindest kenne ich nichts anderes. Ich behaupte das jetzt mal. Mehr als 400 Trainer, ich wüsste nicht, wer darauf zurückblicken kann. Wir sind aktuell ungefähr 400 Trainer in vielen deutschsprachigen Regionen. Und wenn du sagst, Mensch, Kinder, helf uns doch bei der Initierung so eines Firmenlauftreffs. Hey, kann ich gerne machen, zusammen mit meinen Trainern. Kommen wir zu euch. Ich habe vielleicht einen Vortrag und die Trainer machen mit euch eine richtig geile Arbeit. Feiert eure Erfolge. Das heißt, das Training ist schon ein Erfolg. Mit diesem Erfolg, mit dem Training seid ihr schon auf dem Weg. Macht das. Macht aus diesen Trainings für den Firmenlauf, macht daraus tatsächlich ein Event. Feiert dieses Event. Feiert diese Aktionen, diese Treffs mit Bilder, mit Videos, Posted, stellt ihr ins Intranet, redet darüber, tut Gutes und redet darüber. Und wenn der Tag dann da ist, tatsächlich, dann kann ich nur hoffen, ihr lieben Entscheider, ihr Unternehmer, die ich jetzt gerade in diesem zweiten Teil angesprochen habe, dann kann ich nur hoffen, dass ihr tolle Bilder auch da habt, dass ihr den Mitarbeitern noch Shirts präsentiert habt. Shirts, die eure Farben, eure Marken, eure Produkte, eure Logos freudestrahlend zeigen und dann haltet das in Bildern fest. Und das macht nämlich auch wiederum aus diesem Tag etwas, was nachwirkt, was möglicherweise diejenigen animiert, im nächsten Jahr mitzumachen, die dieses Jahr sich noch nicht getraut haben und dann denken, hey, das ist eine geile Geschichte. Ihr Lieben, Firmenläufe sind mehr als nur fünf oder sechs Kilometer. Die Firmenläufe sind für mich so die Einstiegsdroge in die gesündeste Sucht der Welt und das ist nun mal das Laufen. Gestern habe ich mitgekriegt, wie jemand gesagt hat, ja, macht Laufen nicht süchtig, frag mal einen leidenschaftlichen Wanderer, ob der jede Woche wandern geht. Ja, auch der würde sagen, jung, das brauche ich, jedes Wochenende gehe ich raus, gehe ich in die Natur und dann bin ich im Eifelverein und wandere da oder im Alpenverein und wandere da. Ja, es macht süchtig, diese Lust zu spüren, sich selber zu spüren, was Gutes zu tun, Sauerstoff zu tanken, ja, es macht tatsächlich süchtig. Ja, aber es ist die gesündeste Sucht der Welt, die niemandem wehtut, einen selber nur gesünder und leistungsfähiger und stärker macht. Firmenläufe, fünf, sechs Kilometer, die jeder schaffen kann, sind die perfekte Einstieg in die gesündeste Sucht der Welt und in dieses Laufen. Und deswegen kann ich nur sagen, vielleicht konnte ich euch ein bisschen von meiner Freude, meiner Motivation, meiner Leidenschaft rüberbringen und es würde mich freuen, wenn ihr diese Lust auch in eurem Unternehmen teilt und möglichst viele eurer Kolleginnen und Kollegen packt und dann eben zum Firmenlauf anmeldet. Zum Abschluss nochmal, wenn ihr Lust habt, geht zu unseren Kursen. Übrigens, ihr seid in einem Unternehmen aktiv, das sich noch nicht selber anmeldet zu dem Firmenlauf, dann startet doch für uns, startet doch zum Beispiel für das Team Lauf Campus Stolberg, das ist bei Aachen, oder das Team Lauf Campus Freiburg, die sich vorbereiten. Oder für das Team Lauf Campus Bremen oder Hamburg. Und damit habe ich Freiburg genannt, damit habe ich Hamburg genannt und ich habe Bremen genannt, weil die Kurse zur Vorbereitung auf dem VG Run, die starten schon in den nächsten, ich glaube, 14 Tagen. Ich glaube, diese Woche findet schon ein Kurs statt und nächste Woche auch und übernächste Woche auch. Also guckt einfach mal rein. Und wenn ihr, liebe Unternehmer, sagt, ja, das ist schön und gut, einen eigenen Kurs zu machen, auch ihr könnt natürlich euren Mitarbeitern auch empfehlen, dort hinzugehen. Ihr könnt es sogar bezahlen, wenn ihr das wollt, wenn euch das ein guter Schritt erscheint, dass sie dort acht Wochen lang betreut werden, wenn ihr acht Wochen lang einen Trainingsplan von mir zur Hand bekommt, um dann fitter zu werden. Ihr Lieben, Firmenläufe, große Geschichte. Ich hoffe, ich konnte meine Lust teilen. Wir sehen uns aller spätestens am Start oder im Zielbereich beim Finale in Köln. Ja, es gibt ja auch immer eine Beat Run Serie, eine Meisterschaft, wo man am Schluss wirklich schnellsten und buntesten und verrücktesten aus allen Regionen auch in Köln starten können. Ich meine, starten kann man überall, da wo man sich anmeldet. Und Köln ist natürlich in mehrerlei Hinsicht meine Heimat. Es ist nicht nur das geilste Stadion der Welt, da wo der FC spielt, noch in der ersten Liga. Ja, gut. Und es ist nicht nur bei mir in der Region, sondern da werde ich auch dann teilnehmen, unabhängig von der deutschen Meisterschaft oder nicht. Mit irgendeinem Beat Run Team werde ich dort am Start sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Wenn euch das gefallen hat, was ich erzählt habe, dann teilt das doch gerne. Teilt dieses Video doch gerne in euren Kollegen. Zeigt es euren Chefs, euren Mitarbeitern und meldet euch bitte an für euren nächsten Firmenlauf, für euren nächsten Beat Run. Ihr Lieben, macht es gut. 25 Minuten sind um. Das heißt, Mittagspause nicht überzogen. Bis bald. Ciao, euer Andreas.